Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Europa Universalis 4 mit Italien, Italien. Militärische Technologie können wir erforschen, ermöglicht uns die Sturminfanterie. Oh, da haben wir gerade leider die Schlacht von Württemberg verloren. Jetzt wird meine Truppen mal wieder auf den Falz konzentrieren und die hier zusammenführen. Meine anderen Truppen, oh oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, egal. Offensivmoral, Defensivmoral, wir nehmen die Sturminfanterie. Dann können wir eigentlich wieder welche nachbauen, ne? 3, 1, 2, 3. 9, 12 und dazu kommen 3 Pferde, 4 Pferde sag ich mal und 3 Kanonen. Haben wir das erstmal, so das ist die erste, die wir dann davon zusammenstellen. Die gibt es gleich auch auf die Nase, glaube ich. So, ich will mich da unbedingt weg haben. Österreich ist ein bisschen hart. Österreich ist ein bisschen hart. So, Romagnon wird Teil von Wollung vorschlagen. Weißer Friede. Württemberg an Ulm. Zwungender Militärzugang. Kannst du eine Fluttenbasis? Reichsreform widerrufen. Religion hat zwingend Niederlage eingestehen. Alles nicht das, was ich gerne möchte. Das müssen wir mal gucken. Na super. Ein Anspruch auf ein paar Brutschen. Genau das wollen wir doch haben. Ja super. Jetzt haben wir die in Auftrag bekommen. Dass wir Abrußen angreifen sollen. Anführer ohne Unterhaltskosten. Plus 1. Rekrutieren können wir ohnehin ein. Da scheint mir sogar mal ganz brauchbar zu sein. Halbwegs. So, dann nehme ich nochmal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Und 1, 2. So. Da müssen wir unsere Armee jetzt natürlich wieder aufbauen. Ich möchte ehrlich gesagt Frankreich nicht noch weiter stärken. Aber wie kriegen wir das am besten zusammen? Wir müssen noch aus der französischen Stärke noch irgendeinen Vorteil ziehen können. Irgendwie, dass wir die dafür missbrauchen. Zum Beispiel Österreich mal kürzer zu machen oder so. Oder wir müssen mal militärisch irgendwie ins Heilige Römische Reich eindringen. Und versuchen uns so den ein oder anderen integrieren. Oh, die sind mit uns friedlich. Freundlich gesinnt. Das ist ja interessant. Dass wir uns so den ein oder anderen Vasallen integrieren. Die Pfalz zum Beispiel. Als Vasallen. Wer ist denn noch da mit dem Krieg? Hessen, ne? Wenn man volle kann auf Hessen drauf marschieren. Hessen hat schon Friede geschlossen. Das ist ja relativ simpel. Machen wir auch noch Platz. Zack. Wo steht der jetzt eigentlich hin? Na, Preisgau oder was? Ganz nach oben. So, dann greifen wir mal die Pfalz an. Oh. Verliert die ganze Zeit hier irgendwie Stabilität. Machen wir das mal so. Die schicken wir dann noch nach oben. Dann würde ich sogar noch sagen zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, dann nehme ich die noch zusammen und wir die auch noch nach oben schicken. Auf welchen? Ich sehe gar nicht. Da ich Gruppenaufgaben Territorium hatte. So. Bringen wir die mal zusammen und schieben die dann auch gleich mal hoch. Die Pfalz ist Kaiser. Zeig zu ihnen, Jungs. So. Viel mehr Gegenwehr gibt es ja hier gerade nicht mehr, ne? Na, mal schauen, wie das weiterläuft hier. Sizilien. Leider immer noch nicht möglich, sie zu wasalisieren. Wer ist neuer Kaiser? Die Pfalz? Das habe ich jetzt gerade zu schnell weggeklickt. Friedrich ist neuer Kaiser. So ein Ärger. Ah, guck mal an, die Pfalz sinkt hier gerade scheinbar. Münster gibt. Aha. Aha. So, Belagen von Württemberg. Oh, die Schloss, die Pfalz Schloss Frieden. So ein Langweiler. Aber wie sieht es denn jetzt hier aus? Macht Frankreich mit? Ja, die machen mit. Haben die vier Verbündete? Staats-Ehe. Verbindet mit Portugal und Genua. Passt. Wir speichern mal eben. Dann holen wir uns abruzeln. So. Fuck. Warum ist ein Frankreich nicht mit dabei? Habe ich gerade was Falsches angeklickt? Warum ist jetzt Frankreich gerade nicht mit eingekehrt? Kriegsziel, Erobung von Abruzeln. Kriegsziel, Erobung von Abruzeln. Sie sind alliett mit Portugal und Genua. Frankreich ist Verteidiger des katholischen Glaubens und wird ihn schützen. Aha. Deswegen eventuell ist Frankreich nicht mit eingestiegen. Wir versuchen es jetzt nochmal. Mal gucken, ob das funktioniert. Sie sind auf jeden Fall blau hinterlegt. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie auf meiner Seite sind. Aber tatsächlich sind sie nicht im Krieg. Und das ist ein bisschen merkwürdig. Wir versuchen es jetzt einfach mal alleine. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht das was wird. Aber mal schauen. Wir versuchen es einfach mal. So. Versuchen wir jetzt einfach mal hier alle Positionen zu besetzen. Weiter geht's. Wie kommt denn der jetzt dahin? Nehmen wir den Weg ab. Was hat der denn? 3 24 00. Das ist natürlich schon mal ein bisschen tricky. Er hat relativ viele leichte Schiffe. Ah super. Frankreich brach ein Bündnis mit uns. Genau das ist nämlich das Ding, was ich nicht möchte. Genau das wollte ich vermeiden. Scheiße. Warum brachen die denn das Bündnis mit uns? Weiß ich nicht. Das ist jetzt auf jeden Fall mal die Beziehung mit Schweiz. Gehen wir da mal rüber. Warum bin ich denn jetzt im Minus? Ich habe doch alles gewonnen. Mann sah ja gut. 94.000 gegen 30.000. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Ah guck mal da hinten. Hat er seine Flotten. Ich glaube, das können wir vergessen. Ich glaube, das können wir so vergessen. Jo. Kein Krieg gegen Spanien, weil Bankreich sich gedacht hat, sie sind mal lustig und werden Verteidiger des Glaubens. Das werden wir jetzt auch einfach mal. Dann müssen wir erst mal an unseren anderen Zielen weiterschrauben. Händen wir den Kollegen mit. Das können wir jetzt wieder senken. Mehr Unterhalt. Mann, 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 Mann. Legitimität, plus 3, plus 4, Hochzeit, Diplomativfähigkeit, Bündnis, große Reichsnationen. Ja, das sind wir wohl. Alter, was hat denn bitte, was haben denn die bitte für eine Legitimität, die schweigen? Das ist ja nicht normal. Ich schenke mir jetzt auf jeden Fall irgendwas. Nehmt 50 Dukaten. Erkauft mir eure Liebe. Yay. So. Hessen, was ist denn bei euch los? Beziehungsaktion, Beziehung verbessern. Dann Salzburg. Salzburg mag uns sogar. Und leider katholisch. Ansonsten könnte man sogar mit der Vasilisierung da überlegen. Das würden wir vielleicht sogar hinkriegen. So, hohe Stein. Das ist ja schon mal schön. Wenn wir das jetzt auf einen stabilen Wert halten könnten. Mit der Staaten konvertieren zu einer falschen Religion. Nichtmitglieder dazu zwingen, ein Reismitglied, das Versaal ist zu befreien. Das wäre echt schön, wenn wir das irgendwie mal hinkriegen würden. Wir haben einen Handelsdispute, Kriegsgrund gegen Spanien. Sie haben ein Embargo gegen uns verhängt. Und die hat da wohl eine Macke. So. Gucken wir mal, was wir noch verbessern können. Lokale Handelsentfluss, Werkstätten, nee, nee, nee. Stabilitätspastenmodifikator. Diplomatisches Geschick würde ich ganz gerne. Werde ich jetzt pastiche, wäre auch eine Idee. Mag eine Botschaft. Und so hat sich ein Diplomat wäre schon mal nicht schlecht. Das war schweineteuer. Aber wir hauen einfach mal eine Botschaft jetzt nach Rom. Bauen die da. Aber ein zusätzlicher Botschafter. Und können schneller hier so ein bisschen agieren. Oh, das wächst ja sogar gerade. So. Minus 10% bis 626 Jahre im Vatikan. Nee. Hä? Nationaler Steuermodifikator? Nee. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Das geht ja nun so nicht. So. Aber ich würde sagen, wir beenden den Part an der Stelle mal. Ich habe wieder Angst, dass das Spiel abschmiert. Weil das ist vorhin zweimal passiert. Deswegen speicher ich nebenbei mal. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich wünsche euch was. Euer Ryo. Tschau. Tschau.